Hallo und herzlich willkommen, ja ich weiß, ich hab letzte Folge gesagt, das war's für heute, aber ich bin, ich bin jetzt doch nochmal, ich, es wird knapp, Leute, es wird knapp, aber ich hab grad gehört, ich hab noch ein bisschen Zeit. Kann auch sein, dass ich dann während des Matches weg muss, das tut mir leid, aber es ist ja nur Schnellsuche und ich sag mal, äh, Abortur ist eh immer alles schuld und deswegen ist auch nicht schlimm, wenn der Abortur fehlt. So, und jetzt werde ich, glaube ich, mal eine Runde Symbiom machen, es sei denn, die Map oder die Heroes sagen mir was anderes. Ah, das ist auch schon wieder so eine Karte, wo ich eigentlich Schrecken machen könnte, ne? Mach ich auch wieder. Belagerung, Schrecke. Schlachtfeld der Ewigkeit ist sogar eine Karte, die zeitlich gut in meinen Rahmen passen würde. Ja, halbes Stündchen hab ich noch, es ist knapp bemessen, ja. Es ist wirklich knapp bemessen und vielleicht auch ein bisschen dumm, dass ich, äh, weil ich guck hier parallel in mein Handy und hab hier gerade die Nachricht gekriegt, ah, du hast hier noch 20 Minuten mehr Zeit, ja, okay. Okay, müssen erstens 20 Minuten los. Na dann. Die Schnester machen mir schade. muss Essenzen sammeln. Der Kampf beginnt in... 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Zeig ihnen, dass sie hier nur der Tod erwartet. Genau. Ja, ja. Es steht hier. Se 거 thermal. Ja. Oh. Wow Du dropp mich dieser Du dropp Ball für die Schlacht erneut ausfreschen Nur der Tod wird mich meinen Klauen entreißen End Du dropp Das war's für heute. Ich bin nicht Symbio, Junge. Aber ich spiel Nester. Giftige Nester. Oh. Hier schön durch die Dinger, wo sie immer durchlaufen, ist ja klar. Nimm mal hier schön in der Mitte rein. Das Pferd ist eine Schwachstelle der Frieden. Die Dinger sind gerade mit. Oh. trimmed auf die Dinger. Also haben Sie die Dinger. Wo ist das? Bist du? Schade. Schade, schade, schade. Schokolade, schade. Schade, schade. Naja, das hat nicht gepasst. Ich weiß auch nicht, warum die keinen Damage gemacht haben. Braucht man nirgends. Äh, da braucht man nirgends. Wir marschieren. 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 Vielen Dank für's Zuschauen. ja ja ich geh runter sehr gut nicht mehr lange dann werde ich meinen Feindsack quetschen und ihr will mir dabei helfen und siegeln vor deinen Fahnen Helm Das war's für heute. Oh, damn. Oh, damn. The boys are going down. That's not nice. Yes. 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 Die Freunde... Okay. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ich guck mal kurz auf die Glock. Oh, ja. Rainer. Also Sylvanas brauche ich nicht mehr kopieren. Das sage ich euch auch so. Hat der andere Abortur eigentlich genauso geskillt? Jo. Ist ja auch geplant Schrecken zu machen. Ist eigentlich nicht so cool, ne? Ich werde dich lieben, was Verzweiflung wirklich bedeutet. Ich werde dich lieben. Ich bin Hauerlos. Die Tore der Himmel werden fallen, bezwungen von meiner Macht. Schauen wir mal, ist jetzt natürlich ziemlich risky schon wieder hier, zumal die da kommen. Die Tore der Himmel wird erneut fallen. Die Tore der Himmel wird erneut von der Himmel. Schön, schön, schön. 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 Schön. Schön, schön. Schön schön. Das war's für heute. Joa, das war nicht gut, ne? Was soll ich sagen? Das war nicht gut. Was soll ich sagen? Oh, aber Joast want to have fun. Oh, aber, aber tu want to have fun. Gleich ist die Ulti da, gleich ist die Ulti da. Jetzt ist die Ulti da. Die Ulti da, gleich ist die Ulti da, gleich ist die Ulti da. Geil. Die Ulti da, gleich ist die Ulti da, gleich ist die Ulti da. Die Ulti da, gleich ist die Ulti da, gleich ist die Ulti da. GG. GG. So. Funktioniert es auch mal. Schön. Schön, schön, schön. Ne? Es kann auch mal funktionieren, Geist. Mit der Randoms und der Apertour und da hast du nicht gesehen. Aber the Daily ist fertig. Gott sei Dank. Dann kann ich auch heute in Ruhe schlafen gehen. Dann kann ich jetzt auch schön Schluss machen für heute. Ich hoffe euch hat es gefallen. Ich muss jetzt los. Und tschüss. mal kurz. Dann machen wir ein wenig mit. Faziert. manipulated Aufsthal. Ein bisschen mit. Unfortunately. wayll・・ an ohne um die stuffed Reinung.